Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie man ein Plakat gestalten kann. Es gibt einige Kriterien, die man einhalten soll. Am Ende entscheidest aber du, wie dein Plakat aussehen soll. Zuerst möchte ich aber noch einmal nennen, was du bereits erledigt haben solltest. Das Thema sollte feststehen und Informationen solltest du auch bereits herausgesucht haben. Aus den Informationen solltest du eine Mindmap oder Ideensammlung erstellen, sodass du deine ganzen Informationen ein bisschen strukturiert und geordnet hast. Anhand der Mindmap kannst du dann die Unterthemen festlegen und du solltest bereits Bildmaterial zu deinem Thema ausgedruckt haben. Hier zeige ich dir eine Beispiel-Mindmap. Diese habe ich genutzt, um ein Plakat zu erstellen. In die Mitte habe ich das Thema geschrieben. Quokka, Känguruart. Um das Thema in der Mitte herum habe ich dann wichtige Unterthemen in weitere Kreise geschrieben. Beispielsweise Lebensweise, Nahrung, Merkmale, Verbreitung und Lebensraum und Besonderheiten und Lebensweisen. Anschließend habe ich überlegt, was weiß ich denn eigentlich schon zu den Unterthemen und habe die Sachen schon mal aufgeschrieben. Natürlich gab es eine Menge Sachen, die ich noch nicht über das Quokka wusste. Die fehlende Information konnte ich mir aber ganz einfach aus den Sachtexten heraussuchen, die ich mir zuvor aus dem Internet ausgedruckt hatte oder in einem Tierlexikon nachgesehen hatte. Wenn du nun all diese Sachen erledigt hast, können wir damit anfangen, ein Plakat zu gestalten. Um nun das Plakat zu gestalten, müssen wir erstmal ein paar Materialien zusammensuchen. Als erstes benötigen wir natürlich unsere zusammengesuchten Informationen, die wir in einer Mindmap festgehalten haben. Als nächstes benötigen wir die Bilder, die wir herausgesucht haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Bleistift und ein Lineal, um eventuell Sachen vorzuzeichnen und gerade Linien zu ziehen. Weißes Papier oder andersfarbiges Papier wird Filzstifte oder Buntstifte jeweils in dunklen Farben benötigen wir auch noch. Es ist wichtig, dass du dunklere Farben benutzt, da man die auch noch aus der Ferne auf dem Plakat gut sehen kann. Wir benötigen außerdem eine Schere und Kleber, um Bilder auszuschneiden und aufzukleben und Informationstexte zu den Unterthemen ebenfalls aufzukleben. Als letztes solltest du auf jeden Fall etwas weißes Papier oder buntes Papier in hellen Farben da haben, auf das du die Informationen zu den Unterthemen schreiben kannst. Wenn du nun alle Materialien beisammen hast, solltest du noch einige Vorbereitungen treffen. Zunächst solltest du die Überschrift groß auf das Plakat schreiben. Wenn du dir unsicher bist, wie es aussieht, probiere es zunächst auf einem weißen Blatt aus. Du kannst es dann entweder später übertragen oder einfach das weiße Blatt, wenn es dir gut gelungen ist, auf das Plakat kleben. Schreibe anschließend die Unterthemen auf Zettel und schneide sie ordentlich aus. Wenn du damit fertig bist, suche die Informationen zu den Unterthemen heraus und schreibe sie in Stichworten auf weitere Zettel und schneide auch diese ordentlich aus. Wichtig, überprüfe auf Rechtschreibung. Wenn du damit fertig bist, sortiere noch die Bilder zu den Unterthemen und passende Informationen dazu. Nun können wir endlich anfangen, das Plakat richtig zu gestalten. Ich habe dir als Beispiel einmal eins von meinen Plakaten mitgebracht. Ganz wichtig, für mein Plakat habe ich alle Inhalte vorgeschrieben auf dem Computer und dann ausgedruckt. Du musst das aber nicht machen. Du kannst ordentlich in Druckschrift schreiben. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast und Lust darauf hast, das am Computer zu machen, probiere es ruhig aus. Fangen wir nun doch einmal an, uns das Plakat genauer anzusehen. Das Thema habe ich ganz groß oben in die Mitte geschrieben. Die einzelnen Unterthemen habe ich mit den passenden Informationen zusammen auf mein Plakat geklebt. Passende Bilder habe ich ebenfalls dazu geordnet. So ist neben der Nahrung ein Quokka, das etwas frisst. Und beispielsweise bei Merkmale und Aussehen habe ich ein Quokka-Bild daneben geklebt, auf dem man das komplette Quokka sieht. Bei Verbreitung und Lebensraum habe ich eine Landkarte neben die Informationen geklebt, auf der eingezeichnet ist, wo das Quokka lebt. Wie du die einzelnen Themen anordnest, das kannst du selbst entscheiden. Eine der wichtigsten Sachen ist, dass du das Plakat übersichtlich gestaltest. Das heißt, schreibe wirklich ordentlich, wenn du mit der Hand schreibst. Packe nicht zu viele Bilder auf das Plakat, das kann es schnell unordentlich wirken lassen. Schreibe nicht zu viele Informationen auf das Plakat, denn es sollen wirklich nur Stichworte darauf, die kurz und knapp informieren. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat, besser zu verstehen, wie man ein Plakat gestalten kann. Ich wünsche dir einen tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!